wahrscheinlich das was dann nö muss ich nicht gut die sind also überall das ist eine gute frage wir können wahrscheinlich keinen anderen weg nehmen die sehen uns nicht gut liebe freunde wie soll ich da durchkommen jemals ich muss vorsichtig vorgehen abwarten dass sie zu dir kommen die befehle waren klar wir brauchen eine bestätigung sucht einfach weiter ja da ist keine chance ok ich weiß gerade im moment ehrlich gesagt nicht wie ich das wie ich das lösen soll weiß die einzige chance die wir haben dass wir die irgendwie versuchen auf so eine art einzeln wegzuholen das hat schon mal nicht so gut funktioniert wir können ja relativ lange unendlich lange unter wasser bleiben eigentlich denke ich nein shit ganz ruhig lara alter der läuft nach da dann gehen wir nach da ja komm schon genau ah ah weiß gar nichts Sackgesicht kann ich den holen muss so schnell genug sein und weg 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 hihihi ich bin die lara ich komme von unten aus der tiefe und hole mir ein nach dem anderen von euch pennern hoff ich jedenfalls naja das scheint ein geduldsspiel zu werden hier ich wüsste aber jetzt auch keine andere lösung im moment nicht wirklich gucku guck guck musst du eigentlich theoretisch nur den den richtigen moment kriegen Fuck ey alter Nummer 1. Ah ah. Wo ist der Penner? Wo ist der Penner? Wo ist der Penner? Hi. Ich darf mich natürlich nicht so weit aus dem Fenster wagen. Ah scheiße. Ich weiß nicht mal genau wie viel das hin. Komm schon. Nächste Pille. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Alter. Wir haren mal hier unten aus. Na ja, es funktioniert gut. Wir können ja dank der Sauerstoffmaske theoretisch ewig hier unten bleiben. Und da kommt schon einer. Scheiße. Ja, 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 ja. Ah sie. Alter, wie soll ich denn das machen? Hiha. Komm schon. Oi, 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 oi. Kinabino, mo. Scheiße. Scheiße. Wo sind die? Können sie mich unmöglich gesehen haben. Scheiße, geht nicht. Fuck. 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 Nee, das mag ich ja gar nicht. Ah ah. Komm schon. Penner. Einer. Ah ah. Drei Stück. Vier Stück, drei Stück, keine Ahnung. Da ist auch noch einer. Oh oh. Komm. Oh oh. Es sind viele. Holen wir. Jawohl. Next. Ja schön. Verschwind mal da rüber. Alter. Es ist so nervig. Es ist so nervig. Komm schon. Wo ist der? Wo ist der? Da kommen zwei. Nein, nein. Arsch. Hi. Den hole ich mir jetzt. Ciao. Fuck you. Komm schon. Einfach mal ausharren. Beruhigen. Erholen. Fuck. Naja. Aua. Was war das? Wo ist der? Nein, nein. Ciao. Weg. Lara, weg. Aber wie viele sind denn da noch? Gibt's doch nicht. Alter. Komm. Komm. Ja. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wie viele sind es jetzt noch? Da ist schon mal einer. Komm schon. Komm schon. Roll. Was ist das jetzt? Alter. Abwarten. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Ja, das war jetzt irgendwie. Scheiße, Mann. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Scheiße. Scheiße, Mann. Sein Ende ist nah. Nein. Er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Wie? Er muss sofort ins Observatorium. Zu Jacob. Na los? Na los? Was? 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 No? Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Mhm. Toh, mach mal. Ladebildschirm, sehr schön. Der Herr behütet deine Seele vor allem übel. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Was? Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Oha. Oha. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv. Als Feinde Kitesch angriffen, bekoben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater. Sie kommen näher. Sie bangen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Alter. Nice. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Eingang. Kiotermales Tal. Sehr schön. Ich habe keine Lust mehr, hier alles durchzusuchen. Gehen wir weiter. Nice. Was haben wir hier? Nichts. Sperre. Alter Schwede. Moment. Hau mal auf. Hau auf. Oh oh. Hinein in die gute Stube. Was soll es? Immer wieder unter die Erde. Das Oreri. Oreri? 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 Alter. Lara, das ist doch was für dich. Hau mal auf. Na schön. Komm hoch. Mhm. Na komm. Ja komm. Jawohl. Hoch da. Sehr schön. Oh Pilze. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Warte, das ist doch Schwede. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Na komm. Nice. Rüber. Rüber. Nein. Ich sagte rüber, rüber und nicht sowas. Alter. Na ja, meine lieben Freunde. Wie das weitergeht, ob wir das schaffen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Mit dem Mariko, dem alten Kaffee Onkel und mit der Lara natürlich. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschätzt. Bis dahin. Have a nice day. Ciao, ciao.